vom eise befreit sind strom und becher durch das frühlingsholden belebenden blick zum osterspaziergang durch unser frankfurt nimmte baby euch virtuell mit ja und hier sind wir jetzt auf peters kirchfriedhof und auf dem peters kirchfriedhof sind im laufe von 500 jahren wo willst du denn eigentlich noch hin bleibt doch mal bei mir in der nähe ist ja furchtbar und weiter bitte im laufe von 500 jahren fast 500.000 menschen beerdigt worden hier auf diesem priethof unter anderem wir gerade beim thema sind die pest toten aus dem klapperfeld wurden hier auch beerdigt berühmte menschen kein abfall ist ja und dann liegt hier zum beispiel mein freund und der kupferstecher der ältere und der jüngere die ich hier begraben johann friedrich städel der erfinder des museums nicht hier begraben goethes elterlingen hier begraben aber getrennt die mutterlicht hier drüber auf dem hausenhof von dieser schule das ist die liebfrauenschule die kinderspiele tagtäglich drumherum um das graf von goethes mutter ja und natürlich auch simon moritz von beetmann alles hier auf peters kirchfriedhof kleine geheimnisse wie gesagt die ihr jetzt durch mich erfahrt und ihr klickt ihr schön geld und ihr verteilt das schön und wo ist der spaziergang wie sagte goethe so schön zufrieden ja auch sind groß und klein hier bin ich mensch hier darf ich sein und ich glaube wenn wir fertig sind kann also auswendig ab dann ab 현재 ab 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 zu ab ab bei